ja hallo willkommen mein name ist der nero lp und ich begrüße euch zurück zu let's play test symphonia die chronicles edition und ich war voll im midi grad drinnen in der letzten folge haben wir den ich habe schon wieder vergessen wie der ort hier heißt den das meiner bleibt den alternanschluchten sind wir irgendwann wir haben einen epischen kampen zwischen china und kuchinawa gesehen ja der war so episch und kurz ja den kann man nicht beschreiben die muss man sich angezogen haben jedenfalls ich glaube wenn wir jetzt hier aus dem menü rausgehen da kommt direkt ein gegner ja wir tun ein bisschen mit blumen herum experimentieren ist richtig schön ich habe jetzt die leute übrigens den regen gegeben den tp kosten ab jetzt in regelfeuerte und ja dürfte tp lernen techniken lernen ein bisschen einfaches das kann er jedem angriff einsetzen meine güte sonder blätter und guck mir wir merken was kommt werde ich das wahrscheinlich genau vergessen ja auch jemand ganz seit kochen deswegen bleibt kein problem sein da wieder nichts gelernt stimmt ich habe eine neue dinge bekommen neue fonds die mir könnte ich auch mal jemand geben presser wo die ist jetzt nicht in der gruppe china muss stärker werden ist auch nicht in der gruppe stimmt dann machen wir erstmal hier so ändern wir mal das hier so zeit von frost explosion von dabei 50 marken abgestellt werden ja ich gehe immer noch nach der logik blumen füttern schön dass die blumen glücklich ist ich komme nicht durch ich komme nicht mehr durch Hilfe nein nein da komme ich auch nicht durch das stimmt ich bin ich bei mir das ist schon wieder so ein übeles rätsel glaub ich höff ich komm erst mal wo wir uns bald hinführen ok komm ja danke für den kann ich einfach irgendwelche angefallen die ganze zeit ihre siegel ein und meine tp sind schon wieder leer wie geht denn das so schnell was mache ich uns jetzt so, erfangen wir mit level 4 Klammschienen jetzt habe ich Regal nicht dabei wahrscheinlich voll stark das ist auch eine Truhe Toreut schon niemand weiß wie es gefertigt wurde ok dann heißt die Waffen die wir nicht kaufen konnten in der Elfenstadt also für Leute die man nicht so was passiert wenn ich den Amango gebe so was passiert wenn ich den Amango gebe dann stirbst du hahaha oh Gott hm kann man ja sagen wie das funktionieren soll wie komme ich denn jetzt hier runter hallo so 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 ich so 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 hey hey wir sind ja hier und wir tauchen die Gegner natürlich nur sofort auf ne so und wieder zu so 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 da das mit dem fehlen ring so da war ich dann dauernd tippe probleme mit ihm das auch tippe ein dank wer jetzt gelernt ich wollte schon sagen, da ging er ohne armen hey sieht es mir aus warte, wenn wir alle gelernt haben, alle Sachen dann kann ich wieder mit Sachen spammen, die ich will sehr schön ich habe schon wieder den Nuss eingesetzt, gleich, ne? nö welchen Dings vermasselt habe bei Wunderfahrungsfähigkeit, sehr schön und zwar fritzischer Status ach, jetzt sind wir beim Bauern, dann weiter man kann es nicht so lange, wie möglich, da drin bleiben, ich werde sowieso nicht von dem Gegner geschützt, anscheinend wiii in der Kammerste da in der Kammerste So, das ist einfach Spam! So, das ist aber Tier beschleunigen lassen ganz ein stückchen wenn ich die ganze zeit nur mit leuten neue sachen werden mal irgendwann lernen so machen wir hat jetzt so ok wir kommen darunter ok was muss ich machen wie muss ich jetzt machen ich habe keine erfahrungskraft bekommen habe ich das jetzt erst gemacht ich bin schon wieder voll verwirrt naja da habe ich wieder vollkommen für dingens hier verpeilt so nein nicht schon wieder natürlich auch nein nein geht weg 1 2 3 4 5 6 7 warte mal war auch schon da das ist es die monik teiler mit 1 wir sind sie nie tp-prodermann steht nicht wie macht sie das nein ich dachte ich habe immer jemanden mit aubert sondern hier kann ich gut ist auch irgendwie daran kann ja ich kann gut zwei mal noch sehr schön der bildschirm ist gerade es wir kommen und dann habe ich direkt ja dass wir mal hier ein paar sachen ausstellen damit ich nicht verwehrt werde dass wir da ist klar jetzt lasst mich mal in ruhe hier die lage schicken da ist schon mal richtig da muss ja nicht sein weg da sage ich mit selbst mittlerweile aus gar nicht option er fast doch von der blade so viel noch ja okay frage ist jetzt wo ich überhaupt hin muss und auch nicht sicher so schnell genau so So, Tempest Frost. Na ne, Tempest ist auch kacke. Immer so nebenbei. So, dieser Angriff, ja genau. Der war gut. Sonst fliegt man eigentlich mal wie ein blöder weg. Jupp, sehr gut. Haha. Ja, ich mach das jetzt nicht hier durch. Wird schon klappen, hallo. Wurde ich. Jo. Krokassam. Irgendwie so. Krokassam. Ah, Erfahrungsfähigkeit. Eine magische Krankheit und schlecht. Ja, und nun. Wir stehen nicht, wo ich hin muss. Was bringen wir denn? Wird es hier mehr geben oder was? Ja, das ist so. Wird es hier auch so mit. 二 luchzen. Doppelst du ja nicht. Ja, das ist alles nicht. Oh, der ist das. Ja, das ist das größte Ort. Ja, das ist derartig. Oh nein, das ist derartig. so weit war ich auch schon und nun bringen wir jetzt müssen wieder sie haben wir wollen das sind ich habe mir das bringen soll dass er jedes gebiet wobei man hingehen mit dutzenden rätseln ja ein stück ist ich gehe mal wieder allerdings schon ich bin ich wieder falsch schnell welche oben links oder unten allerdings kann ich weiß gar nicht mehr da war ich auch schon da habe ich wieder voll ja ich nicht ja man was bringt mir hat denn jetzt darüber zu geben da ist noch nix wenn ich da oben hin könnte da war doch vielleicht richtig schnell weil er hat mich warten irgendwann lädt mich dann zu einer rechts jetzt bin ich noch nach unten ich weiß was ich zu tun habe muss die bein ausschalten er ist das blöd so frisst das stirbt verreckt will ich nie wieder sehen so sagen das war schon gut natürlich muss ich wahrscheinlich auch noch töten meine schlafen legen wahrscheinlich wahrscheinlich kommt jetzt gleich folgendes mir gehen die am ango dem haus ich habe mich nicht getroffen so irgendwas na komm mal wer hat es zu nehmen wo wir jetzt gesund dann bin ich jetzt auch allerdings schießt doch jetzt nicht da oben doch tut es ich habe mich dass das sicher ist was wir machen das geht aber nicht ich bin es genau so nervig mein gott ich war mir schon falsch ist schon wieder zu einfach mit absicht ich habe mich aber nicht neugier ist da recht zwar so gut glaube ich ja rechts was ich nach rechts nein das ist nicht gut wenn ich hier verreckt weil ich da flüchten oder ja ich kann flüchten okay jetzt aber wie blöde ein sehr schön schien aber zumal weg konzentriert auf mich ich bin dein gegner nein heilen nicht heilen meine maschine sitzt gleich wie lightning es sei ding sein okay sie zaubert irgendwas ist gut sehr gut sammeln bleibt sehr schön aber noch eine beschwerung ich lenke ihn ablos macht schon aber sehr gut immer schön dinge zu einsetzen ja china machst du gut meine ausgerechnet jetzt noch nein nicht heilen jetzt irgendwann andere seien dass ich er ab schon war so man kann uns heilen wenn sie will da zieht so wenig ab ja immer schön irgendwann einsetzen auch wieder eingestellt werden ja nicht teilen jetzt einmal ein zellers der ort meine healing stream was er kacke jetzt ausgerechnet mag diesen gegner nicht war er wird er fast so hat denkt jetzt voll warum er dauert noch ewig wenn es weitergeht ja macht das genau weil er ja voll viele minuten an leben borde sollten sich heilen mein gott ist ja blöd rein reicht doch in die halt sie hat auch schon ein bisschen zu oft einfündig sehr gut sehr gut wieso kann er nicht einsetzen nein man ja sehr gut jetzt soll ein ich glaube ja ja weiter mit der option oder irgendeinen anderen zauber das geht nicht direkt vor dem vielleicht haben wir ihn habe ich glaube keine cp durch normale angriffe warum setzt du das denn ein ich kann mich heilen hier jetzt gerne einen speichern oder so kommen da geht mir so vernerven jetzt der kampf jetzt bitte einmal fertig machen schnell der kampf gewährlich da jetzt irgendwas hier rein bitte sagt mir du zauber auf den einsetzen naja und dreck warum sitzt du ein heilender wind ein jetzt auch einfach irgendein dinge sein fireball danke ja du bist der allerbeste aus ewigkeiten um den verdammten gegner ja boah zu erledigen wer hat jetzt einer erreicht bekommen ich habe keinen echten speichelpunkt ich habe keinen echten speichelpunkt da ist nicht drauf ja weiß das warte mal genau ich wollte schon sagen diese dinger sind das patrouilliert das ding irgendwie ein speichelpunkt ein speichelpunkt wäre jetzt nicht schlecht ich möchte den part gerne beenden danke bitte aha boah auch nur latschig ich bin aber etwas länger im part heute das ist das es 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 wir erfahrungsfähigkeit mal zwei glückseligkeit okay auch schön treffer pro sie hat nicht schon ja meinetwegen ich hätte keinen wirklichen speicherpunkt nein nicht schon wieder so fiech nein nein mollett mich wo ich glaube der part ist ja wenn man in ferien hochgeladen werden deswegen habe ich auch ein bisschen zeit in reparts zu machen aber trotzdem so lange es jetzt auch nicht sein und spielte ich den zwei ich höchst wahrscheinlich mache ja werde ich wahrscheinlich machen noch eine erfahrungsfähigkeit kraftschule dauer des kraftschubs ich lerne ist das denn so sieht man also wenn die voll sind so man sagt mir hat hier auf den nervenort ich bin schon gefüttert okay ich sehe schon dann gehen wir mal nochmal dieses Viech erledigen ich weiß nicht ob wir das hofft jetzt mit Angriff ein das und wir auch damit das irgendwie gar nichts gemacht habe ich noch eine erfahrungsfähigkeit langsam regnet es jetzt erfahrungsfähigkeiten da ist alles irgendwann mal so jetzt haben wir eine menge geist plus technisch ausruhen schätze wenn ein weiter ausprobiert ja das mal erst mal so ja ja der part wird definitiv gesplittet in zwei parts noch mal was so wieso bin ich mir jetzt hier schon wieder er ist auch scheiße hey was hat denn für einen dreck haben wir jetzt gar nichts gebracht super das wird noch mit mich zum regel bringen hier das energie des rätseln zum spiel so keine ahnung hier irgendein studier zertifikat keine ahnung was ich sagen wollte ich war für jedes rätsel irgendwie studiert habe oder was kommen wir manchmal vorher nicht mal einfach irgendwo hingehen oder irgendeine unmenschliche sache von mir verlangt wird so kommen wir noch nie weiter aber ich bin schon ein bisschen am region hier wissen dass klima viele erfahrungspunkte erfahrungsfähigkeiten oder das wirklich gute sachen ganz speziell verletzten schäden ok coolstorys ist nun war er geht mir aber auch genervt habe ich schon schon halb eins halb zwölf meine ich keine ahnung ich würde eigentlich lange gar nicht aufnehmen so ganz nebenbei egal ich glaube ich gleich hier raus und dann ist natürlich wieder alles am ende umgestellt wenn ich pech habe ja auch blöder an verdammt ja meine laune die geht langsam im keller weiter geht so ich wollte stechen ist er was bei den ganzen gegner die jetzt die ganze zeit aufdruck macht natürlich gerade besser so weiter mein ziel ist nebenfluss nebenfluss treffer pro aber ich komme gar nicht mehr runter doch da komme ich runter da wollte ich gar nicht hoch vor allem jetzt noch ein speicherpunkt ich will mal irgendwo raus hinterher nicht machen die ganze zeit ja ich gehe jetzt hier wieder raus erstmal jetzt 40 minuten aufgenommen ja ich kann es nicht machen jetzt mein partner langsam wenden so aus ja ja hier sehr speichern weiß ich nicht jetzt hier alles umgeändert hat oder nicht aber ja dann soviel dazu werde ich wahrscheinlich ausgehen noch mal sie gehen wandern und gucken wie ich da weiterkomme und überhaupt und ja dann sehen wir uns in der nächsten folge verhältst bei testen von jahren die qualität zwischen ich bleibe mich alle herzlich bist du schon sage tschüss und ich bin jetzt hier 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 und ich bin jetzt hier